Was ist der grösste schweizische Milchverarbeiter und zählt zu den innovativsten Molkereiprodukteherstellern in Europa? Einerseits ist es die Qualität der Produkte, auf der anderen Seite die hohe Innovationskraft. Wir versuchen in kurzen Abständen hochqualitative Neuheiten auf der Markt losieren zu können. Wir haben uns für Sub-Tairy Management bei MSG entschieden, weil dieses Produkt die Bedürfnisse von einer Milchwirtschaftsunternehmung am besten und am optimalsten unterstützt. Wir sind davon überzeugt, dass wir damit die Kostenreduktionen und Nutzenoptimierungen realisieren. Was ist der Grund? Mit der integrierten Prozesskostenrechnung und der Harmonisierung auf Stufe Werks sind wir der Meinung, dass wir unsere Ziele nachhaltig erreichen werden. Eine der wirklich großen Herausforderungen ist, die Projektarbeit neben dem Tagesgeschäft durchführen zu können. Das heisst, wir müssen parallel dazu uns auf ein komplett neues Prozessmodell mit Systemunterstützung einschießen. Ganz sicherlich hochmotivierte Mitarbeiter, wo wir alle matchentscheiden, diese ganzen Geschichte, sind ein sorgsam definiertes Netz von hervorragenden professionellen Implementierungspartnern, welche uns helfen, eben diese verschiedenen Systeme zeitgerecht in Betrieb nehmen zu können. Mit einer viel besseren Rohstoffausbeute sind wir der Meinung, dass wir nach vorne auch entsprechend höhere Innovationsgrade fahren können und noch bessere und spannende Produkte für unsere Konsumenten auf den Markt bringen. Am sorgsamfakt님 Wolfgang Robert